Du bist die Animationsdirektor von Herdering und du arbeitest mit Computern, Software, auch mit echten Menschen. Kannst du uns ein bisschen über deinen Arbeitsvorgang was erzählen? Nun ja, als wir begannen waren wir bloß 12 Leute. Ja, nur 12 Leute waren von Anfang an dabei. So mussten wir uns also um alles kümmern. Ja, später wurden es dann natürlich immer mehr. Zu Beginn war unser Budget so knapp bemessen, dass es so aussah, als ob unsere Vorstellungen nicht verwirklichen konnten. Hauptsächlich kümmerte ich mich natürlich, wie schon gesagt, bei diesem Projekt um die Animationen. Ich kümmerte mich um das Design. Ich überlegte mir, wie die Figuren sich bewegen sollten. Auch kümmerte ich mich um die Verwirklichung der Animationen. Ich wählte die Software und hatte die Verantwortung über das Motion Capturing. Jeder am Set wollte etwas wirklich Magisches schaffen. Was würdest du für die Anfänger vorschlagen, die in diesem Business ansteigen wollen und sich mit Animationen beschäftigen wollen? Ein Animator braucht natürlich Know-how. Ein Animator muss sich überall auskennen. Alles kann für einen Animator wichtig sein. Das bedeutet, dass er sich mit Drehbuchschreiben auskennen sollte. Filme machen im weitesten Sinne. Farben, Texturen, Design, Style, einfach alles ist wichtig. Wenn du die Realität kopieren willst, musst du dich gut darin auskennen. Also je mehr du von der Realität kennst, umso mehr kannst du auch anwenden, um Animationen zu erschaffen. Was sind deine nächste Projekte oder was planst du in der Zukunft? Im Moment bin ich wirklich sehr glücklich damit, unterrichten zu können. Ich will das auch in Zukunft gerne weitermachen, um möglichst erfolgreich zu sein. Mal sehen, vielleicht werde ich bald wieder an einem Film mitarbeiten, aber momentan kann ich noch nichts dazu sagen. Du hast noch eine Seite, was SIA Schools angeht. Du unterrichtest da. Was ist das für eine Zeit für dich? Macht es Spaß? Ist es langweilig? Oder ist es ein Liebe für dich? Ja, ich liebe es zu unterrichten. Ich war vor vielen Jahren auf der Electrode Universität in Mexiko. Ich hatte mein ganzes Leben lang viel mit Leuten zu tun. Dann kam ich zum SIA Animationskurs, den ich unterrichten darf. Ich will meine Erfahrungen weitergeben. Mir macht es wirklich sehr viel Spaß.